Wir machen weiter mit Call of the Ghosts. Was ist das für eine Mission, Bro? Die ist ja übelst geil. Ich hab voll Bock, ich hab richtig Bock, Alter. Oh, Bro. Okay. Die Abstandstelle ist fünf Kilometer entfernt. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Ah, okay. Bisschen zu da. Wäre mein gut. Aber ist geil. Dass sie heimisch auch noch angreifen. Ist geil gemacht. Sag ich dir ehrlich. Ja. Iiiiii. Sie werden zusammen. Ruhig. Bewege dich langsam und bleib am Boden. Die Pflanzen sollten unsere Segnatur verschleCER. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis Sie sich trennen. Okay. Weiter geht's, immer schön unten bleiben. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer zwei oder drei Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Wir brauchen nicht mehr mehr Aufmerksamkeit. Die Mission ist echt geil, ja. Unter Wasser, ich liebe das. Bleib unten. Bleib unten. Ja, tut mir leid. Nice booty, Kian. Okay, berück dich. Komm, geh vor. Ja, ich bin drauf. Scheiße, sie sind überein. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie werden Teil des Schiffs was. In den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklear-Teile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle vier. Wir schalten sie auf dein Zeichen raus. Auf mein Zeichen? Okay, ich kann nicht wieder mal gucken, was hier abgeht. Wie viel sind das denn? Eins, zwei, drei, vier. Der ist selten so versteckt. Die Lusche. Komm. Haben wir den? Nein. Ja, Freunde, ne, 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 weiter geht's, Mensch. Ja. Goal. Okay. Scarecrow, hier ist 6-2. Sind beisammen von Barbar, sieh nicht in Sicht. Das Ziel ist in Bewegung. Möchtet euch beeilen, sonst ist eure Chance dahin. Ey, das sind echt viele. Ja, okay, welche Posi kann ich die nehmen? Feuerfreigabe? Ey, Bro, das sind aber echt viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich gut ziehen kann, dann sind es 6. Aber guck mal, man kann einfach easy ausweichen von den Kugeln. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Ey, das war echt knapp, ne? Oh. Ja, Freunde, ne? Also, ich würde mal so sagen, das ist echt geil. Ja, jetzt haben wir Licht an, oder was? Ich glaube, vor den ganzen Zeit haben wir kein Licht, aber jetzt auf einmal haben wir Licht. Auch geil. Hey, Kigen, wo bist du? Oh, da. Ey, Fischi. Okay. 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 Das kriegen wir auf keinen Fall auf. Wir müssen uns hier durchschneiden. Okay. Ja. Ja. Verwigung, los entdeckung! oh mein gott ich glaube das war knapp oh mein gott was ist das denn komm rein schnell schnell was ok alter dass das das tut safe echt weh digger ja Ich könnte besser gehen, ja, Bro. Alles top. Ein Problem nach dem anderen. Ist auch echt geil. Hier ist 6-2. Der Ziel wurde neutralisiert. Fahnsinn, Zeich hat starten. Auwe. Verstanden, 6. Ich hab sie ganz schön aufgeschreckt. Jo, jo, jo. Sagt nur dafür, dass die Vögel herkommen. 6-2 Ende. Schneller, Bro, schneller. Jo. Ja, das ist nicht so einfach, Bro. Wie du sagst. Da hinten ist auch noch einer. Ich bin so tot. Ich bin so tot, Bro. Ich bin so tot. Chill. Oh mein Gott. Kommt. Hier ist doch noch einer, ne? Da hinten. Ja, ne? Ja, ne? Diesmal war ich schneller, Bro. hat seit nicht geschaffene das noch einer das auch noch einer er ist auch da und wo bist du ich glaube hier ist keiner mehr ich habe den hier denn es ist eigentlich gerne so die dort gar nicht so bad aus eigentlich ja ok mein gott die sind so langsam ihr müsst euch mal so vorstellen ich bin ich mein kopf auch gerade so wie das ich richtig gucken kann schon komisch also schräg ist jetzt geht's wieder ok perfekt Prozent dann let's go weiter oder nicht um wenn du siehst das ist ein gutes Zeichen hoffentlich haben sie keine Homme mehr das sieht nicht gut aus äh ich gehe vor bleib hier und gib mir Deckung also ich werde es schon mal nicht schaffen ich weiß es jetzt schon ich habe Angst ja ich will jetzt nicht sterben oh mein gott bro hey reicht doch mit eurem Bomben hier ja bleib weg von den Fetzern durch die Loge los durch die Loge los hier scheint sicher zu sein mit Scarecrow hier ist 6-2 nähern und sammeln Punkt Echo alles bereit für Phase 2 verstanden 6-2 schön für euch zu hören mit wem sagst du das die Vögel sind jetzt startklar am grünes Licht für Phase 2 verstanden 6-2 Ende let's go und bei allem hing Rock über mir wie eine schwarze Wolke wir hatten eine Bohrinsel zerstört eine ganze Flotte weggelockt ein Zerstörer versenkt doch da war diese eine Frage wo ist Rock hier vor uns er ist wirklich so gut wie ein Geist aber was war jetzt mit ihm da war etwas in dieser Fabrik und die Föderation wollte nicht dass wir es sahen doch wir waren gerade dabei herauszufinden was es war ja aber das ist in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat dann bewertet unterlassen kommentieren und bis zum nächsten Mal haut rein tschüss